Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung Ist ok? Achtung 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 Musik Oder das, was wir hier gefunden haben, ist, im ersten Moment sieht das aus wie ein Schuhabsatz, aber bei näher Betrachtung sieht man, dass das ein Geldbörserl ist. Und in diesem Geldbörserl, wenn man das öffnet, ganz vorsichtig, findet man drinnen aus Papier noch zusammengefaltet Essensmarken. Von da bis ans Ende, bitte. Das Ende? Ja. 10,94. Die Breite, bitte, von dem Grau. 1,31,32. Wie verstehe? 30, oh ja. Kannste. Du musst drauf klatschen. Okay. Da haben wir auch. Das ist der Loch. Der Lippenstift. Rosa und der Lippenstift. Das muss ich sagen. Gut. Da mit. So. 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 Die Stimme. Das hole ich eh. Gut. Jetzt sind wir fertig. 70 Jahre, nachdem das Ganze in Verwendung war. Und des Weiteren, wenn wir hier noch das Leder von unten öffnen, sehen wir auch, dass es hier noch Geld auch noch drinnen gibt. Aber wie viel und was genau, das werden wir zu Hause genau analysieren. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020